In diesem Video möchte ich die Sinusfunktion zeigen. Ich möchte zeigen, was du mit der Sinusfunktion tun kannst, ohne zu erklären, was die Sinusfunktion eigentlich ist und warum sie das tut. Ich zeige vier Beispiele im P5-Editor und die Links dazu werde ich dir aufschreiben, so dass du selber damit experimentieren kannst. Warum die Sinusfunktion das tut, was sie tut, das erkläre ich dann im nächsten Video. In diesem ersten Skript generiere ich zuerst einen Canvas, den ich aber nicht brauche und dann verlangsame ich die Animation auf vier Bilder pro Sekunde, damit das nicht zu schnell geht. Und dann brauche ich eine Variable a, die ich ausserhalb des Draw-Loops definiere. Ich weise hier den Wert 0 zu und dann am Ende des Draw-Loops erhöhe ich diesen Wert kontinuierlich um 0,25. So ist a am Anfang 0, dann 0,25, dann 0,5, dann 0,75, 1,25, 1,5 und so weiter. Und diesen Wert a, den füttere ich als Argument an die Sin-Funktion. Die Sin-Funktion, das ist die Sinusfunktion und die generiert eine Zahl. Und diese Zahl ändert sich mit jedem a, das ich ihr gebe, also mit jedem Frame, kriege ich hier eine andere Zahl. Die speichere ich in die Variable mySinus. Auf Englisch müsste es mySin heissen, weil Sinus wird S-I-N-E geschrieben auf Englisch. Und dann schreibe ich das in die Konsole. Und ich runde es, das hier ist eine Funktion, die heisst Around, das ist eine P5-Funktion, die es mir erlaubt, eine Zahl auf eine bestimmte Anzahl Stellen nach dem Komma zu runden. Und ich runde sie auf zwei Stellen nach dem Komma, damit das nicht so unansehliche lange Zahlen sind. Aber es ist die Zahl, die die Sinus-Funktion zurückgibt und das schreibe ich in die Konsole. Und das werde ich jetzt einige Male tun. Ich drücke auf Play und dann warten wir ein bisschen. Und sobald es einige dieser Zahlen gibt, versuchen wir herauszufinden, ob es da ein Muster gibt und was genau für Zahlen, dass ich hier zurückkriege. Okay, Stopp. Und jetzt nehmen wir die Konsole rauf, scrollen ganz nach oben und schauen mal rein. Es beginnt bei 0, dann geht es auf 0,25, dann 0,48, 0,68, 0,84 und dann kommen wir zu 1. Und dann nimmt der Wert wieder ab, 0,9, 0,9, 0,7, 0,6, 0,3, 0,1 und dann taucht es unter die Nullgrenze, minus 0,1 bis auf minus 1. Kontinuierlich wird das tiefer, bis minus 1 und dann geht es wieder hoch, 0,9, 0,8, 0,7, minus, also als negative Zahlen, minus 0,5, minus 0,2, minus 0,03, also fast 0. Und dann wieder höher als 0,0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,9 und dann wieder fast bei 1. Hier werden zweimal 0,99 generiert. Wenn etwas mehr als einmal vorkommt, dann wird hier eine Zahl vorne herangeschrieben, um zu zeigen, wie viel mal das gleich. Dann 0,9, 0,8, 0,6, 0,4 und dann wieder unter 0 bis minus 1 und dann wieder hoch, bis wir wieder fast bei 1 sind. Also zusammengefasst, diese Sinusfunktion, die generiert Zahlen, die beginnen bei 0, steigen dann auf 1, fallen dann auf minus 1, steigen wieder auf 1, fallen wieder auf minus 1 und so weiter. Immer das Gleiche. Also, wenn wir noch einmal ins Programm schauen, ich habe ja einen Wert a, der wird über die Dauer meines Programms, des Programms, das ausgeführt wird, immer grösser. Aber trotzdem, wenn ich den an die Sinusfunktion füttere, kriege ich immer Werte zwischen minus 1 und 1, egal wie gross a wird. Okay, erstes Beispiel. Jetzt das zweite ist eine Anwendung davon. Ich drücke auf Play, ohne den Code zu erklären. Und hier sehen wir eine Ellipse, die von links nach rechts sich bewegt. Manchmal wird es etwas langsamer, aber das hat damit zu tun, dass der Browser hier Mühe hat, die Position zu errechnen, weil ich wahrscheinlich etwas zu viele Fenster offen habe. Aber wir kriegen hier eine regelmässige Schwingung, können wir sagen. Und das passiert, indem ich den Nullpunkt in die Mitte setze und dann einen Wert, in diesem Fall 200, weil das die Hälfte, oder 190, damit es nicht bis auf den Rand geht, aber einen Wert, der ungefähr der Hälfte der Fläche entspricht, den Wert multipliziere ich mit dieser Zahl zwischen minus 1 und 1, die mir die Sinuskurve generiert. Im nächsten Beispiel tue ich diese Zahl auf die Grösse des Kreises anwenden. Und dann kriege ich so einen Kreis, der gross und klein wird. Und hier erwähnenswert ist, dass es keinen einzigen Loop gibt, ich mache keine Schleife, sondern im Verlauf des ausgeführten Programms steigt einfach ein Wert immer weiter an, dieser Wert a. Und die Sinusfunktion generiert daraus Werte zwischen minus 1 und 1, aber es gibt an sich eigentlich keinen Loop. Und dann im letzten Beispiel wende ich es auf eine Rotation an. Und auch hier gibt es keinen Loop, sondern einen Wert, der kontinuierlich zunimmt. Und dieser Wert wird mit der Sinusfunktion in eine Zahl zwischen minus 1 und 1 verwandelt. Und diese Zahlen in diesem Spektrum minus 1 bis 1, die tun kontinuierlich wechseln zwischen diesen zwei Extremen. Und dadurch kann ich sie umrechnen auf irgendeinen anderen Wert und erhalte dann immer Werte zwischen diesen zwei Extremen und kann damit etwas antreiben oder etwas bewegen. Also die Sinusfunktion kannst du verwenden wie ein Motor für deine Animation. Jetzt kannst du selber überlegen, welche Bewegungen, welche Eigenschaften du mit Sinus antreiben könntest. Und kannst vielleicht einmal selber versuchen, so etwas zu tun, bevor du das nächste Video schaust.